Herzlich willkommen zu einer neuen Daily Dax US Morning Ausgabe am heutigen Freitag, dem 2. Dezember 2022. Die Börsenwoche neigt sich mit dem heutigen Handelstag dem Ende zu und lassen Sie uns doch mal an dieser Stelle einen Blick auf den Wochenchart werfen, denn man könnte das Gefühl haben, es sei eine glorreiche Handelswoche, aber mit Hinblick auf den amerikanischen Dow Jones Index sehen wir, dass der Index gerade einmal 0,14% im Plus ist. Das, obwohl Jerome Powell ja mit seinen Worten die Wall Street so beflügelt hatte, sehen wir trotzdem, dass die amerikanische Wall Street hier ihre wichtigen Widerstände nicht wirklich signifikant hat brechen können. Und damit bleibt eben hier noch ein gewisses Restrisiko auf jeden Fall bestehen, dass die Märkte nach ihrer steilen Aufwärtsbewegung eher derzeit in Richtung einer Top-Bildung unterwegs sind, anstelle einer Fortsetzung der laufenden Rallye-Bewegung. Der Technologieindex Nasdaq auf Wochensicht am stärksten mit einem Plus von 2,43%. Nun gut, nachdem der Index ja auch zuletzt immer wieder der klare Underperformer war, sei ihm jetzt auch mal dieses Kurs Plus vergönnt. Fakt ist aber auch, wenn wir uns natürlich mal den Wochenchart anschauen und hier dezidiert auch mal auf den Abwärtstrend blicken, sehen wir eben auch, wenn wir wirklich über die höchsten Erholungshochpunkte den Abwärtstrend anlegen, dann sehen wir natürlich hier ganz klar, dass der Abwärtstrend noch immer intakt ist. Abwärtstrend, das soll ganz und gar nicht das Thema sein bei Netflix, sondern der Aufwärtstrend. Sie erinnern sich mit Sicherheit zurück, als ich einer der wenigen in der Tat war, der Netflix am langfristigen Aufwärtstrend hier als Empfehlung präsentierte und ehemals betonte, 50 bis 100% Kurspotenzial sehe ich bei der Aktie. Der Trend war oder beziehungsweise wurde exakt getestet mit rund 165 US-Dollar. Die Aktie ist nun bei 320 US-Dollar in dieser Handelswoche in der Spitze angekommen und hat damit fast die 100% schon voll gemacht. Also eine wirklich sensationelle Performance. Ich traue Netflix mittelfristig auch definitiv noch Kurse bis in den Bereich von rund 400 US-Dollar zu. Allerdings möchte ich auch an dieser Stelle betonen, dass die erste große Aufwärtswägung mir dieses Hauptziel hatte und ich mir auch von dort aus sehr wohl potenzielle Gewinnmitnahmen wieder vorstellen kann. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag und schalten Sie tagtäglich ein, um hier immer wieder zu den Märkten und auch spannenden Einzelwerten von mir informiert zu werden.